Also ich würde dich nicht übergewaltigen, wenn du nach Clubmat riechst. Als wäre es mein Podcast, weil es direkt nur vor meinem Gesicht ist. Ja, weil du immer ein bisschen leiser bist als ich, weißt du, weil ich hier halt immer rumbrille, weil ich meinen cholerischen Mut hier auslassen muss. Mut mit Doppel-O und D bitte an dieser Stelle. Das war eine Schwachstelle. Das wurde mir auch schon am Theater mal gesagt, ich spreche sehr leise und nur in den Proben. Bei den richtigen Aufführungen ging es immer, aber bei den Proben war es Martino ein bisschen lauter, wenn es geht. In der richtigen Aufführung lässt du den Hass dann raus. Ist so, ja. Ja, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Heute Abend möchte ich gar nicht mehr sagen, als ich gesagt habe, ich finde das besser, wenn wir später aufnehmen als früh. Ich habe es übertrieben. Toll, Tino, jetzt ist ja schon fast Sonntag. Es ist Brennpunkt Late Night, es ist jetzt kurz nach halb zwölf am Samstag. Es ist eine brandheiße Ausgabe für euch, wenn es dann pünktlich rauskommt. Ja, wenn nämlich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde noch die Welt untergeht, dann erfahrt ihr das heute rechtzeitig. Noch im Podcast, genau. Nicht erst, wenn ihr aus dem Fenster rausguckt, morgen Nachmittag. Geil. Nach dem Aufstehen oder so. Ja, die hören das ja eh immer vorm Aufstehen hier, den wundervollen Brennpunkt. Das sind wir ja. Ach ja. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Schön, dass ihr da seid. Was geht? Mit Robian und Tomian. Guck mal, was ich direkt noch aufmacht habe. Das ist meine Story aufgemacht, ja. Ne, ich habe mein Handy entsperrt und da war das direkt. Witzig. Meine aktuelle Story, Krufti Tinko. Ja, ich bin zu spät dran. Ich habe echt, ich wurde spontan gefragt, ob ich Lust habe, einem Kumpel beim Streicheln zu helfen. Beim Streicheln. Beim Streicheln. Ich suche mir auch mal Leute, die ich, also egal. Der in Leipzig wohnt. Ich habe gesagt, klar, ich habe Freihäute, ich komme vorbei. Und im Zug sagt Mio zu mir, muss ich nicht Podcast aufnehmen heute? Und ich so, ja klar. Schiete, Schiete. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen es noch heute Abend vielleicht, wenn du Bock hast. Und da gab es auch noch Verspätung jetzt auf der Rückfahrt. Da ist echt ein Junge neben mir, der war so vielleicht zwölf, dreizehn umgekippt einfach. Wurde auf einmal leicht im Glas, kippte um. Dann haben sie den Zug angehalten und haben Rettungswagen gerufen und so. War aber nur zu wenig getrunken wahrscheinlich. Oder zu viel. Oder zu viel. Ne, ne, der war noch relativ nüchtern. Okay. Und hat dann von mir Eistee bekommen so. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. War da ein Geräusch? Ein Signal, ja. Oh Gott, ich gucke mal, ob wir noch aufgehen. Guck mal nach. Jetzt labert die Leute mal in der Zeit. Ja, der ist halt umgekippt. Ich habe wieder ein Eistee gegeben. So, weil es hat mir was zu trinken. Was mit Zucker vielleicht. Dann hat er mal ein Eistee bekommen. Also, Superhelden tragen nicht immer Capes, ja. Ja. Muss man mal so sagen. Ich weiß nicht, was das war. Who knows. Ja, und deswegen eine halbe Stunde Verspätung. Und irgendwann nach so zehn Minuten haben irgendwelche Fahrgäste raus, so durch den Zug gerufen. Da geht es denn nicht mehr weiter hier. Aber wohl schon angesagt. Ah, du warst in Sachsen. Obwohl, ja, doch, obwohl so Ansagen kamen wie, wir haben einen notärztlichen Einsatz. Bitte haben Sie Geduld. Und nach so fünf Minuten oder zehn Minuten, wann geht es denn hier mal los? Ich will nach Hause. Hast du hier Trolli mitgebracht? Was ist denn das? Die waren schon da. Die waren schon da. Was ist denn das, Alter? Wo kommt denn das her? Ist immer wohl getrollt worden hier. Trolli-Schnüre. 80 Cent reduziert. Da muss ich mal Anna fragen, ob die das hier irgendwie heimlich da unter meinem Tisch hier geschmuggelt hat. Gibt es ja gar nicht. Das sind ja hier die brandheisen Entdeckungen. Die Nachricht des Tages. Ich habe Süßigkeiten im Haus. Voll trollig. Ja, das war meine Anfahrt heute. Ja, also Leute, in diesem Sinne, hallo, ne, was geht? Wir können auch direkt ins erste Thema einsteigen, denn Tino, das wäre natürlich noch viel, viel schlimmer geworden, wenn das 49-Euro-Ticket jetzt bereits in Kraft getreten wäre. Dann wäre es ja richtig voll gewesen. Da hätte ich Geld gespart. Aber das soll erst Anfang nächsten Jahres kommen. Was halten wir denn davon? Es ist zu viel Geld, finde ich. 49 Euro, sehr viel Geld. 49 Euro zu viel. Ja, echt? Nee, ich würde sagen 40 Euro zu viel. Weil das 9-Euro-Ticket war ja gerade deswegen so attraktiv, weil es sich halt jeder leisten konnte. Auch Familien, die vier Kinder haben, konnten dann für 9 Euro pro Kopf da Zug fahren. Jetzt müssten die ja halt viermal 49 Euro zahlen. Da wird keiner das Auto stehen lassen, weißt du? Ich glaube, also ich bin eh armer Schlucker, habe eh keine Kohle. Aber ich glaube, bis 19 Euro hätte ich gesagt, das wäre noch sinnvoll für wirklich jeden Monat. So 49 würde ich dann wohl über die Sommermonate mir so ein Ding kaufen. Aber auch immer hinter dem Hintergrund, dass wenn ich das hätte, würde ich halt sehr viel Outdoor-Stream. Ob ich das jetzt in den nächsten Monaten mache, wenn es kalt ist und kein 9-Euro-Ticket da ist, weiß ich nicht so. Aber nach Apolda werde ich dieses Jahr schon, glaube ich, nochmal gehen mit einem Livestream. Nach Apolda? Ja, also in die Wildnis. Genau. Machst du Seven vs. Riot. Genau, ich habe ja das schon in Schöndorf gemacht. Und das war ja nur das Tutorial. Also Apolda ist ja der wahre Abschluss. Das ist noch schlimmer, das stimmt. Naja, also ich muss sagen, ich fahre schon viel mit dem Zug und ich bin auch bestimmt dreimal im Monat in Erfurt und zweimal in Jena vielleicht. Da hast du es ja schon schlimm. Knapp, aber manchmal auch, vielleicht nur zweimal, dann hat es nicht mehr gerechnet, weißt du? Wenn du mal rechnest, jetzt kostet ein Hopper-Ticket 10,20 Euro. Aha. Also würde es sich da nicht unbedingt lohnen. Mal sehen. Keine Ahnung. Ich finde es zu viel, wie gesagt. Aber besser als nüscht. Ja, aber weißt du, warum muss man denn immer so durchs Leben gehen? Besser als nüscht. Ich weiß nicht. Wir haben halt eine SPD wieder in der Regierung so. Moment, Moment, Christian Lindner hat auf seinem Instagram-Profil das May-May gepostet. Ihr wolltet Nachfolgeticket, ihr bekommt Nachfolgeticket. Ja, aber die SPD ist ja auch so eine Partei, die immer nur den gemäßigten Weg geht. Also ich bin ja eher so ein Typ, der eher die linken Parteien gut findet. Gerne, also grün nicht unbedingt, aber ich weiß nicht. Wie viele bleiben dann noch übrig? Ja, Linke. Weiß ich nicht. Also ich bin auch mit Linken nicht so 100% zufrieden. Aber ich finde auch, dass die SPD gerne mal die Beine breit macht für jeden Koalitionspartner, den es gibt. Schwierig. Gut, also 9-Euro-Ticket sind wir uns, glaube ich, alle einig. Hat Deutschland gefickt? Ja. Aber weißt du, manche sagen Sex ist Sex. Sex. Also Loch ist Loch. Oder auch gesagt, besser als schlechten Sex als gar keinen Sex. Ja, das hatten wir doch schon, oder? Nee, das war nicht mit dir. Schlechter Sex ist immer noch guter Sex oder so. Oder wie war das? In dieser Spruch immer, so einiger schlechter Sex und dann so, ja, wir haben jetzt gar keinen Sex. Ja, und dann hat, ach, ich weiß nicht, wie es genau war, aber also Vergewaltigung ist ja auch schlechter Sex, oder? Sehr schlecht, würde ich sogar sagen. Meinst du? So zwei von zehn oder schon ein von zehn? Das musst du die Betroffenen fragen, keine Ahnung. Gott, oh Gott. Triggerwarner übrigens. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, wenn du vergewaltigt wirst, dann versuchst du zu genießen einfach. Das wäre so ihre Key-Lösung, wo ich denke, Alter, nein. Ja, genau so handhaben Leute das zum Beispiel mit Club Mate. Ja, Augen zu und durch. Ja, ekelhaft. Ich finde es geil. Ja, vielleicht sagen die Leute nach dem zehnten Mal Vergewaltigung, egal. Oh Gott, das hast du jetzt gesagt. Kennst du diese Anti-Vergewaltigungs, wie heißt das denn? Getränke? Nee, nee, das sind so... Also ich würde dich nicht vergewaltigen, wenn du nach Club Mate riechst. Nee, das sind so Sachen, die fühlen sich halt dann die betroffenen Personen ein, in die Vulva rein, so, oder in die Vagina rein. Und wenn dann ein Penis eindringt, dann sind da so Widerhaken drin. Aber dann ist er schon zu spät. Naja, aber... Das ist ja keine Prävention, das ist ja Bestrafung dann. Nee, 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 aber er trinkt ja einmal ein, dann tut er instant weh und er hört dann sofort auf und zieht ihn raus und hat dann diese Widerhaken drin, die er von alleine nicht mehr rauskriegt. Das heißt, wenn du dann zum Arzt gehst, der Typ, dann ist klar, der ist ein Vergewaltiger und dann gibt es gleich eine Anzeige vom Arzt oder von der Ärztin. Naja, ich sehe ja jetzt schon, wie Leute das ausnutzen und ihren Consenting-Ehepartner da reinlocken in diese Falle und dann sagen, der wollte mich voll gewaltigen. Ja, vielleicht mal den Finger erstmal reinstecken und gucken, ob da eine Bärenfalle drin ist. Ja, passt auch, Leute. Ja, fürchterlich. Das kann immer missbraucht werden, das ist ja immer so. Nee, also, keine Ahnung, wenn es hilft, dann go for it, so. Aber ich denke mir halt, okay, das Trauma hast du halt trotzdem schon, wenn das... Also, aber klar, was willst du machen? Irgendwie eine Stahlbuchse anziehen oder so. Aber weniger, als wenn nicht der Typ so fünf Minuten lang vergewaltigt, so, und rein rausgeht und seinen Willen kriegt, wenn er einmal reinslidet und dann halt instant rausziehen muss, weil es wehtut. Wie beim Skaten. Einmal reingeslidet. Egal. Ist so. Ja, cool. Wie sind wir da jetzt gelandet eigentlich? Weiß ich nicht, das hast du gedroppt, glaube ich. Ach so. Vergewaltigung und so. Ja, klar. Ein Neuroticket und Sex und so. Klar, von Verkehr zu Verkehr ist ja kein weiter Weg. Es gab einen Hashtag, der getrendet ist. Naja, also ein Neuroticket-Sommer war auch ein bisschen Gangbang, muss ich sagen, mit diesen überfüllten Zügen. Das stimmt, auch heute wieder war es sehr, sehr voll, weil ein RB-Spiel gewesen ist in Leipzig. Nee, es gab einen Hashtag, der hieß Delete Grindr. Okay. Und ich will von dir wissen, warum. Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben oder willst du von dir ausgaben? Kannst du gleich machen. Ich vermute, das ist die Welle von Hashtag Deinstall, die damals Jodelheim gesucht hat. Er hat es jetzt bestimmt über Grindr geschwappt und hat gesagt, Deinstall doch mal diese App. Und warum? Weil das die Homosexuellen in ein schlechtes Licht rücken, weil die Tinder-Leute neidisch sind, dass das dort besser funktioniert. Ah. Ja, toll. Also anders noch was wegnehmen. Weil auf Tinder sind ja die Leute so, ich suche hier nur Freunde und neue Leute, winky, winky. Und auf Grindr heißt es halt, come on, halt's Maul. Doch, die meinen das schon ernst oftmals bei Tinder. Also ich bin auf diesen Tinder-Game voll drin. Ja, das meine ich ja, die meinen es ernst. Aber es gibt halt auf Tinder einfach prozentual, soweit ich weiß, viel mehr Leute, die sagen, nee, nee, ach, ich suche hier nicht hier irgendwie nur mal einen schnellen Bums. Nee, Grindr ist halt eine Bums-App, muss man schon so sagen. Da gehst du rein. Die haben den großen Nachteil, dass es ja halt nur einen einseitigen Filter gibt. Das heißt, wenn du halt irgendwie sagst, du stehst nur auf Leute bis 30, kriegst du auch nur bis 30 angezeigt. Aber dich sehen trotzdem ältere Menschen. Aber es braucht halt wie bei Tinder diesen zweigleisigen Filter, das heißt, wo es dann Überschneidungen gibt, weißt du. Und deswegen soll jetzt diese App gecancelt werden. Nee, nee, also Antwortmöglichkeit A, das kommt aus einer sehr rechten Bubble, um halt diesen frivolen Sex... Damit sich die Schwulen nicht fortpflanzen untereinander. Genau, das ist Möglichkeit A, das kommt aus einer rechten konservativen Ecke. Zweitens, das kam aus der queeren Ecke und zwar finden sie, dass Grindr den schwulen Sex sehr sexualisiert. Oder drittens gibt es einen neuen Chef, quasi wie Bezos bei Twitter, der scheiße ist und deswegen sagen alle Delete-Quindr. So wie du sagst, würde ich jetzt auf drittes tippen, aber zweites fände ich am witzigsten. Also... Nee, ich sag mal drei, weil ich will Recht haben. Es ist auch drei. Ja, aber zwei wäre schon witzig gewesen. Ich muss auch gerade sehr spontan hier Antwortmöglichkeiten aushauen. Und zwar gibt es jemanden, der, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, aber der ist ein Supporter von Trump und republikanischer Wähler und ist auch Fan von richtig Homo-Hassern und ist halt selber schwul und auch verheiratet mit einem Mann, aber ist jetzt Vorstand von Grindr geworden und dem gehört der Bums jetzt, im wahrsten Sinne. Ja. Und deswegen sagen jetzt viele, dass man das boykottieren soll. Ist aber nicht zufällig. Ist das ein Ami oder was? Ich glaube schon, ja. Also so ein Dave Rubin zum Beispiel ist das jetzt nicht zufällig. Weil es gibt ja so ein paar strahlende, homosexuelle, konservative Figuren, sag ich mal. Ja. Das ist immer so ein bisschen traurig mit anzusehen, weil die denken halt, ja, cool, die sind voll tolerant, die Konservativen, aber eher werden die ja nur so durchs Dorf gepeitscht, so von wegen, wir können ja gar nicht homophob sein, hier ist selber einer schwul. Aber du merkst halt voll, dass sich da irgendwie so nur angebiedert wird. Da gibt es zum Beispiel halt diesen oder... George Harrison, nicht Harrison, George Harrison. Nee, der sagt mir nichts. Okay. Ja, es ist halt dieser Widerspruch, weil die Republikaner ja konkret den Schwulen und Lesben auch Rechte wegnehmen wollen. Die wollen das Eherecht abschaffen und so weiter und Adoptionsrechte und so weiter. Und dieser George Harrison ist auch Fan von einem Politiker, der sogar fordert, dass amerikanische LehrerInnen die Kinder vor ihren Eltern outen sollen. Das heißt, wenn ein Lehrer mitbekommt oder eine Lehrerin mitbekommt, dass einer der SchülerInnen gay ist, dann sollen die auch die Eltern belachrichtigen dürfen, dass es so ist. Also völliges Tabu, finde ich. Und wie man das unterstützen kann, raffe ich halt nicht. George Harrison, was für ein Arsch. Aber macht er denn jetzt Änderungen an der Applikation? Weiß man noch nicht. Also er ist auch noch nicht im Amt, aber wird jetzt demnächst CEO. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht, aber ich habe gelesen, das ist erst noch... Er tritt sein Amt an... Finde ich gerade nicht. Habe ich irgendwo anders gelesen. Ich bin gerade hier auf queer.de, da steht es nicht drin. Aber ich muss sagen, das ist ein sehr gutes Stichwort hier thematisch, um mal zu einer kleinen Beobachtung von mir zu kommen. Und keine Sorge, Leute, wir kommen gleich zu Larifari. Haha, diese Twitch-Userin hat sich den Rücken gebrochen, Jus. Oh, echt? Was so alles auf Internet passiert ist. Aber ganz kurz, pass auf, das Problem, was ich so sehe. Politischer Kompass, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Man kennt ja dieses Rechts-Links-Gedenke, was ja eigentlich total viel zu simplifiziert ist. Was da so ein bisschen näher noch rankommt, ist der politische Kompass, wo man das noch in liberal und autoritär so abstuft. Ach, das sind vier Dinge, genau. Das kommt schon ein bisschen näher dran. Und da würde ich sagen, auch wir beide jetzt zum Beispiel, wären auf diesem Kompass wahrscheinlich ziemlich genau gleich. Ich habe das auch mal mit meinen Leuten im Chat gemacht. Die waren alle auch so relativ ähnlich. Aber was diese ganzen Culture-War-Geschichten angeht, sind halt die Meinungen in dieser Bubble, wo ich jetzt sage mal liberal links, so eher, da sind die halt sehr, sehr unterschiedlich. Also all dieser Quark von wegen, machen wir jetzt hier gendern oder nicht, oder müssen wir Safe Space, Triggerwarnung, all diese Geschichten. Da gibt es halt sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber auf der rechten, autoritären Seite gibt es das eher nicht so, würde ich behaupten. Weniger Meinungspluralismus. Ja, wenn du das so nennen willst, aber halt so in diesem Grund, also wie gesagt, das sind ja zwei komplett verschiedene Geschichten. Deswegen finde ich es ja eigentlich teilweise ein bisschen blöd, dass das sich überhaupt mit sowas überhaupt so viel Zeit verschwendet, Verzeihung dieses Wort, wird. Wenn man sich politisch quasi so auf einer ähnlichen Ebene bewegt und sagt jetzt zum Beispiel, so autoritäres, Dings greift hier überall ein, Geschichten wollen wir nicht zum Beispiel oder so. Oder was weiß ich, offenere Grenzen oder was auch immer. Wenn man sich da relativ einig ist, dann aber sich da so ein bisschen zerfleischt und das dann aber auf der, in Anführungsstrichen, gegensätzlichen Seite nicht so passiert und sich alle einig sind, dass hier die schwulen Scheiße sind oder dass, naja, es sind natürlich jetzt auch nicht alle, alle, aber die Mehrheit ist sich da, glaube ich, dann schon einig. Oder dass jetzt hier die ganzen Mexikaner sind nicht bei uns rein, machen wir jetzt eine Mauer hin, finden wir alle gut. Und das ist ein grundlegend schweres Problem, glaube ich. Das ist nichts Neues, also dass die Linken und Rechten Bubbles sich sehr stark unterscheiden voneinander, auch in ihrer Heterogenität ist ja nichts Neues, weil die Linken, da ist es immer so, die spalten sich nochmal selber in ganz viele Lager ein, ne. Irgendwie bin ich anti-deutsch, bin ich progressiv, bin ich Kommunist, anarchist und die Rechten, die haben halt mehr so dieses, also bei den Linken bist du manchmal nicht links genug, wenn du in einer Bubble landest. Ja, das ist doch dumm. Aber die Rechten sagen so, sobald du schon einmal einen Schwarzen verprügelt hast, bist du sofort auf ihrer Seite, weißt du. Ja. Und die sind sich, wie du gesagt hast, sich in vielen Dingen einig. Und wenn du halt nur ein bisschen rechts bist, ziehen sie sich trotzdem in ihren rechten Sumpf rein, während die Linken sagen, nee, du wirst noch nicht links genug, bleib da wo du bist. Und da ist es schwerer reinzukommen. Das ist richtig. Das ist natürlich jetzt auch alles noch relativ verallgemeinert, weil es gibt ja auch in der Mitte noch verschiedene Spektren, sag ich mal. Aber das war so eine Realisierung, gerade bei Sofas hier halt, mit die Homosexuellen, die aber selber sagen, oh, das ist eigentlich ganz schön doof, aber toleriert mich hier, ja. Aber sobald irgendwie das zur Möglichkeit steht, die Ehe für gleichgeschlechtlich wieder auszuhebeln, dann sind die ganz sofort dabei und dann sind die scheißegal dann, so. Ja, das Gegenteilige ist aber auch, dass sich Menschen, die sich eher links verorten in diesem Kompass, die würden sich auch selber links einordnen, weißt du, wenn du denen sagen würdest, nimm mal einen Pfeil und zeig mal dahin, wo du dich verorten würdest, würden viele auch dahin zeigen, wo sie ungefähr stehen. Während Rechte ganz oft sagen, ich bin gar nicht rechts, ich bin in der Mitte. Das ist wieder das andere Gefälle, was es gibt, ne. Also Rechtsextreme wollen selber rechtsextrem sein, obwohl sie es ja eigentlich faktisch sind, was ja durchaus auch Definitionen gibt für Rechtsextremismus, Radikalismus und so weiter. Extrem ist auch nochmal was anderes, also. Ja, aber trotzdem, ich sage nur, also Linksradikale stehen eher dazu, Linksradikale zu sein als Rechtsradikale zum Beispiel. In der Politik nicht, also da gibt es sehr viele auch in der Linkspartei, bei den Grünen und so weiter, von denen man viel weiß, dass sie sehr, sehr links stehen, aber sich nicht so äußern können. Aber so in meinen Bubbles, die ich kenne, ich habe ja auf meinem Dorf damals beides kennengelernt, die Rechte, auch die linken Bubbles, und die Rechten stehen weniger dazu und sagen, die werden nur Menschen der Mitte, während Linke gerne sagen, sie sind linksradikal. Auch bei Tinder ganz oft. Da habe ich ganz oft schon Leute gesehen, die hingeschrieben haben, ich bin linksradikal oder extreme leftist, aber so Rechte ist da irgendwie, sieht man da nicht so richtig aktiv. Dann ist es eher so mit Rechtsfahnen und trotzdem, ich bin Patriot und weder links noch rechts. Doch, du bist rechts, wenn du mit Rechtsfahnen in deinem Zimmer hängen hast. Punkt. Naja, ich wollte nur diese Beobachtung zumindest mal ansprechen, ich will es ja auch nicht zu lang machen, wir machen ja hier keinen Politikportals, wir machen ja Brennpunkt Internet und das Internet hat gebrannt diese Woche, genauso wie der Rücken von Adriana Tschetschik, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Twitcherin und wie ich dann erfahren habe, wohl auch ab 18 Dame, die, ich weiß, wahrscheinlich in der Vergangenheit wirklich irgendwie so Hardcore-Shit und dann zu Twitch, weil du wirst ja nicht jünger, so ungefähr. Aber die ist 18? Nein, wie habe ich die genannt? Ab 18. Ab 18, okay, ich dachte. Ab 18 Dame. Ich war früher mal Hardcore gemacht, mit 15, aber jetzt mit 18, 18. Ja, man wird ja immer älter, geht ja irgendwann. Egal. Ja, und die war auf der TwitchCon, wahrscheinlich San Diego, ich habe es nicht explizit nachgelesen, aber muss eigentlich San Diego gewesen sein, weil Amsterdam war ja schon und da war jetzt noch die zweite TwitchCon, also die amerikanische quasi, nicht die europäische. Und da war ein Foampit aufgebaut, das kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Eine Grube, die mit Schaumstoff gefüllt ist, man nennt sie auch im Deutschen Schaumstoffgrube, ein bisschen bizarrer Name. Ich habe nicht gehört. Okay, ja, also ein Foampit, so und das ist, ich würde sagen, schon irgendwie 5 mal 10 Meter, also sehr breit umspannt gewesen. Und normalerweise sind die auch mindestens einen Meter tief und haben dann unten vielleicht nochmal Matten oder so, dass sich das so abfedert. Aber hier hat man wohl an allen Ecken und Enden gespart und das Ding war 20 Zentimeter tief und da lag quasi so eine oder zwei Schichten so kleine Schaumstoffwürfel. So wenig, so 20 Zentimeter tief ist aber nicht tief. Das ist, was deine Mutter gestern gesagt hat zu mir. Hä, 20 ist doch nicht viel. Naja, eben. Das ist ja genau das Problem, auf was wir hier gerade hinaus wollen. Diese zwei Streamerinnen standen da auf so Podesten in diesem Pit und umringt von gar nicht so vielen Leuten, war aber irgendwie so eine Show, weil es haben zwei Leute moderiert, die man aber nicht sieht in dem Clip. Und die jubeln so und es war wahrscheinlich das Ende, die erste springt rein, man sieht schon, dass sie nicht so weit unter geht und dann kommt die Adriana und macht so einen Spagatsprung. Ja, also wirklich so die Beine so nach vorne, fässt sich noch irgendwie an die Füße dabei, sehr gelenkt, wahrscheinlich das letzte Mal in ihrem Leben, dass sie das gemacht hat. Ja. Und knallt halt wirklich straight mit dem Arsch zuerst auf den Boden auf, dreht sich zur Seite und es tut mir leid, dass ich da so ein leichtes Lächeln auf den Lippen habe, weil es ist einfach ein total skurriles Bild, wie sie so super glücklich in diese Todesfalle reinspringt. Ja. Und sich dann in der ersten Minute, oder gut, ich würde sagen 20 Sekunden, noch hochprofessionell grinsend zur Kamera dreht, weil es ist ja eine Show, Show must go on und so. Ja, gleich. Und dann aber merkt, dass sie nicht mehr aufstehen kann. Hm. So. Und dann die Moderatorin auch so, oh, ist der Problem? Magic! Wie man das halt beim Zocken manchmal sagt. Magic, Magic. Und dann so, nee, nee, alles gut, alles gut, sie lebt jetzt in dieser Grube. Ha, ha, ha. Und überspielt das so richtig schlecht. Oder stirbt in der Grube. Ja, währenddessen krümmt sie sich da drin halt. Und, ähm, ja, letztendlich hat sie sich zwei Rückenwirbel gebrochen. Ah, scheiße. Äh, kriegt, äh, ich weiß nicht, wie die Dinger im Deutschen heißen. Ich hab auch vergessen, wie sie... Nee, so, du kriegst so Kanäle rein irgendwie. Das ist schon bei ernsteren Sachen. Oh. Also, äh, sie hofft, dass sie demnächst wieder pinkeln kann, hat sie geschrieben in einem Post. Das ist ganz, ganz eigenartig. Und ich hoffe, da kommt ein fetter, fetter Lawsuit. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob dein, 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 dein Audio zu schlecht ist, wenn du dich da so gelassen zur Seite lehnst. Ach so, ja, ich bin, ja. Vielleicht lehne ich mich mal ein bisschen mehr. Ich schau dich auch so gerne an, weißt du? Ja, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen komisch dann, aber, äh, nicht, dass du dann wieder leiser bist, weil du dich hinterm Mikrofon verstehst. Es ist ja furchtbar, wie sowas passieren kann. Ich meine, wenn du da... Indem sie reinspringt. Ah, ja. Ja, aber... Nein, es ist halt einfach Geld gespart worden. Es ist halt... Aber es war nicht tief, sagst du, trotzdem. Nein. 20 Zentimeter. Nie im Leben, kleiner Peter. Das war jetzt aber teuer für die Veranstalter wahrscheinlich, ne? I guess so. Also, äh, wie gesagt, äh, Fedder Lawsuit ist das Mindeste, weil, also klar, stand da jetzt nirgends, diese Grube ist sicher zum Reinspringen, aber es ist halt impliziert. Wenn du einen Zehn-Meter-Turm vor ein Becken stellst, können auch die Leute davon ausgehen, dass das Becken tief genug ist. Wenn das dann nur ein Meter tief ist, dann kriegst du auch wahrscheinlich ein Fedder Lawsuit. Aber die erste hat sich nicht verletzt, die ist einfach dann gefallen und es war alles gut. Ja, die hat sich, glaube ich, nicht ernsthaft verletzt, aber die ist halt auch nicht so, ich sag mal, akrobatisch reingesprungen. Die ist mir so reingefallen. Ja. Schwierig. Dumm gesprungen halt, ne? Aber das war so der Twitch-Aufreger der Woche. Ja. Gibt ein Fail der Woche tatsächlich. Gibt es jetzt vielleicht für alle Leute irgendwie von Abos prozentual weniger Einkommen ab, weil das muss irgendwie bezahlt werden hier. Also wahrscheinlich, vielleicht wird es ja auch wieder komplett heile, ne? Ich will ja nicht einen Teufel an die Wand malen, aber eventuell ist es halt einfach... Dein Leben komplett abändernd, weil da irgendwie so eine scheiß Veranstaltung sagt, oh, so zwei Zentimeter Schaumstoff, das passt schon. Das reicht, ja. Vor allem, weil die Grube halt auch so riesig ist, hätte man die halb so groß gemacht, aber doppelt so tief, wäre es halt wieder safe gewesen. Dumm. Ja, sie war dann wahrscheinlich sehr energisch dabei. Wäre sie anders gesprungen, wäre sie vielleicht auch nicht so verletzt gewesen, aber das kann sie ja nicht wissen. Das ist Victim-Blaming. Ne, sag nur, also wahrscheinlich hat man nicht damit gerechnet, dass jemand so ein Kunststück macht und dann so irgendwie noch in so einen Spagat springt, sondern dachten, lassen sich vielleicht so ein bisschen auf den Rücken fallen und dann ist alles irgendwie gut. Aber sowas dann wahrscheinlich dann misskalkuliert. Ja, ja. Aber apropos Teufel an die Wand malen, ein Van Gogh-Gemälde wurde beinahe beschädigt, aber nicht wirklich. Und zwar haben unsere KlimaaktivistInnen, ich glaube, es waren zwei Mädchen, genau, haben ein Gemälde von Van Gogh bespritzt. War es Tomatensauce? Ich muss mal ganz kurz... Ja, es war super Tomatensauce. Ich habe beides gelesen, aber da müssen wir auf jeden Fall mal in den Dialog treten, Tino. Auch in den Monolog müssen wir da mal treten. Auch in den Monolog. Dann tritt mal du erstmal in den Monolog, wenn du willst. Es gab nur eine ähnliche Sache noch die Woche, was da gut reinpasst. Ja, auch mit Festkleben. Zur Omas haben sie festgeklebt an irgendeinem Kunstwerk oder so. Nee, das meine ich nicht. Ach so. Naja, es ist halt wieder das Ding von wegen, ja, also was dafür spricht, es erzeugt Aufmerksamkeit für die Thematik, die sie ansprechen. Aber du musst immer so ein bisschen gucken, es kann auch wieder kippen, ne? Ich meine, wenn du halt ein Van Gogh-Gemälde beschädigen könntest, das bringt dir, glaube ich, eher Antipathien ein als Sympathien für das Thema, was du hast. Und was kann denn der Van Gogh dazu und so ein Gemälde, dass halt die Welt gerade untergeht? Also das Engagement der Mädels in allen Ehren, ja? Die Idee dahin, naja, ich würde nicht mal in allen Ehren sagen, weil ich finde es wirklich tatsächlich dumm, muss ich sagen. Klar ist das dumm gewesen. Völlig, völlig an der zu erreichenden Zielgruppe vorbei ist. Also die, die du aufregst, also erst mal, ja. Ich verstehe grundlegend eventuell die Message, falls es auch mit da drin stecken sollte, dass scheiß auf dieses Bild, weil wenn irgendwie die Welt untergeht durch Klimakrise, ist das Bild auch kaputt. So, aber es bringt halt nichts. Ich sag mal das zweite Beispiel, da gab es ein virales Video noch diese Woche, wie Leute sich wieder an die Straße festgeklebt haben in Amerika und so ein Typ steigt aus und sagt, er ist hier irgendwie auf Bewährung oder so, ich weiß nicht genau, was ist. Wenn er jetzt nicht rechtzeitig auf diese Arbeit kommt, dann passiert sonst was mit ihm. Er muss zurück in den Knast oder was auch immer. Und er kann nichts dafür und es wird ihm nicht geglaubt. Und die halten ihn halt alle fest und sagen, beruhig dich, beruhig dich und so. Und das ist halt einfach komplett, du willst ja, wenn du sowas machst, willst du ja die Leute erreichen, also den Autonormalverbraucher und nicht den anfacken. Und wenn du jetzt hier hörst, ja, irgendwie Van Gogh angespritzt und so, das ist ein bisschen weiter weg vom normalen Bürger, aber trotzdem ist das halt einfach nicht der Way. Deswegen war meine Idee zum Beispiel eher, was weiß ich, wenn du bei Nestle mal irgendwie auf den Schreibtisch scheißt beim Boss. Ich glaube, da würdest du auch Aufmerksamkeit generieren, aber halt nicht, wo irgendwie einfache Menschen denken, oh, was soll denn das jetzt? Es muss halt schon, wenn dann irgendwo an den richtigen Stellen passieren. Ja, sehe ich genauso. Ich meine, ich finde an sich die Engagements ziemlich gut und auch bei PETA war das ja ähnlich, dass sie ja auch manchmal so Aktionen bringen, die selber sie hinausschießen, aber man spricht halt darüber, ne? Und Donner steht aber bei PETA war immer, dass ihre Aktionen selten Menschen betroffen haben, weil meistens machen sie irgendwelche Kunstaktionen, wo sie sich mit Blut überschütten oder irgendwelche Kampagnen machen, die den Holocaust relativieren, was auch nicht okay ist. Aber so dieses, den ganzen Verkehr aufhalten, das bringt nicht viel. Es bringt sogar Negatives, weil die Autos stehen da ja alle mit Motor an und haben höheren Verbrauch wahrscheinlich. Es gab jetzt auch Autokursos gegen die erhöhten Benzinpreise. Ich meine, es ist genauso sinnlos, ja. Und was ich eben noch sagen wollte, nur weil Leute drüber sprechen, muss das auch nichts Gutes sein, wenn irgendwie 80% der Leute drüber sprechen und sagen, wie dumm du bist mit deiner Aktion. Dann hilft das halt überhaupt nicht bei irgendeiner Klimabewegung. Keine Ahnung. Die setzen vielleicht auf Pinnertrans. Dieses irgendwie, ich kette mich an einen Baum, der irgendwie niedergerissen werden soll für einen Parkplatz, das versteht man dann halt eher. Das finde ich auch cool, ja. So was. Ein Haus besetzen oder so, das verstehe ich auch eher. Und Entwarnung an die Van Gogh-Fans, das Bild wurde nicht beschädigt, weil die solche hochwertigen Bilder immer hinter Pessiklarscheiben verstecken zum Glück. Da wurde ja auch ein, ich glaube, Picasso-Bild irgendwie vor ein paar Jahren mal zerrissen. Genau. Und ich glaube, spätestens seitdem sind die da sehr vorsichtig. Genau, und es war nur jetzt, am Rahmen gab es einen kleinen Schaden, den müssen die jetzt wohl begleichen, die beiden Mädels, aber sonst ist wohl alles in Ordnung. Und wir können uns darauf einigen, dass prinzipiell so krasse Aktionen durchaus einen Sinn haben können und dass sie Aufmerksamkeit schaffen. Aber Leute, weckt... Das muss halt wirklich gut durchdacht sein. Aber weckt bitte mal ab. Genau, weckt ab, ob ihr die Leute eher abfuckt oder ob ihr die Aufmerksamkeit auf eurer Seite haben wollt. Vor allem. Ja, also was ist denn, wenn sie die gleiche Tomatensuppe bei Exxon oder was weiß ich einfach an die Haustür... Na ja gut, an die Haustür ist halt auch wieder schwierig, weil dann muss halt irgendeine arme, unterbezahlte Putzfrau das wegmachen. Aber weißt du, irgend so was. Das hält sie, glaube ich, aus. Wenn es echt nur Tomatensoße auf so einer Fassade ist... Ja gut, das hält sie aus, von mir aus. Aber weißt du, das einfach... Vielleicht habe ich auch einfach eine Ebene dieser Message nicht ganz verstanden, was jetzt ihr Van Gogh-Hahn damit zu tun hat. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Ich kann mal in den Artikel reinschauen und ich dachte auch, das war auch nur dieses Argument von wegen Aufmerksamkeit erregen um jeden Preis. Das waren so bei Van Gogh... Ja, cool. Also House Greenens Buch war es auch noch. Die haben sich nicht mal ein Ticket gekauft für das Museum. Nee, Frechheit ist das Größte daran. Hier steht mit der Aktion fordert die Gruppe die britische Regierung auf, Öl- und Gasprojekte zu stoppen. Ah, ich verstehe es. Ich weiß... Ölgemälde, meinst du? Es war bestimmt ein Ölgemälde. Ich glaube auch. Stimmt. Dafür muss die Erde bluten, toll. Wenn nicht mehr bluten wird, das sind zwei Tote, die wir jetzt beklagen haben. Es kommt der kleine... Es kommt Tinos Nekrodok. Ja, Tinos Nekrodok. Ich weiß, wer einer davon ist. Ein sehr großer Mann, der eigentlich gar nicht so groß war. Tatsächlich, er hat gemogelt. Er war quasi ein Lügner. Endlich ist er tot, der scheiß Lügner. Genau, und zwar geht es um Robbie Coltrane, der Schauspieler von Hagrid aus den Harry Potter Filmen. Ein sehr großer Mann, ist mit 72 Jahren gestorben. Ja, war nur 1,85. War eigentlich nicht groß, ne? Und den ersten Film haben sie ihn noch gedubelt quasi, ne? Siehst du auch noch so, wie so ein anderer Mann mit so einer Tod aus der Maske ihn irgendwie verkörpert, so von hinten filmt. Und den neuen Film haben sie ihn quasi dann computeranimiert, um ihn so groß darzustellen. Ja, wahrscheinlich auch mit Greenscreen und sowas. Genau, ist aber erst später. Und noch gestorben ist, ich muss kurz gucken, wie sie richtig heißt, Angela Lansbury, auch eine britische Schauspielerin. Kenne nicht. Ähm, doch, die war, ähm, Mord ist ihr Hobby hat sie gespielt. Hä? Jessica Fletcher. Das ist die. Die hier, genau. Ist die nicht schon seit 30 Jahren oder so? Das ist ja Mandela-Effekt. Ich dachte auch, dass sie schon gestorben war. Die ist fast 100 geworden. Die ist fast 100 geworden. Die ist genauso alt jetzt wie die, ja, genau. Och, guck mal. Ja, also Mord ist ihr Hobby, jetzt ist Tod ihr Hobby, muss man sagen. Beide Menschen haben mich geprägt. Ich habe auch Mord ist ihr Hobby sehr viel als Kind geschaut, mit meiner Oma, das weiß ich noch. Und ich fand die damals schon uralt, ne? Auch da waren die Filme auch schon ziemlich alt, als ich die gesehen hatte. Und Hagrid, keine Frage, ne? Ja, ich bin auch nicht der größte Harry Potter Fan und der von den Filmen auch nicht, finde die okay so und kann natürlich das alles nachvollziehen, dass das toll ist. Aber ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie ein Problem mit diesem Schauspieler hatte, weil der Hagrid in den Filmen ist schon einfach irgendwie sehr sweet. Ja, und auch der Schauspieler war sehr sympathisch. Es gab ja jetzt dieses Jahr noch diese Doku irgendwie Comeback to Hogwarts oder so und hat auch nochmal gesagt, so nach dem Motto, die Generation meiner Kinder werden halt die Filme immer noch angucken und das auch noch ihren Kindern zeigen und in 50 Jahren, da werden sie noch Hagrid sehen, aber ich bin dann wahrscheinlich schon tot. Aber Hagrid ist halt dann noch da. Ja. Richtig süß. True. Also rest in peace, alte Häuser, Hagrid und Jessica Fletcher werden jetzt im Himmel weiter in Hogwarts gemeinsam ein Verbrechen lösen. Ich finde ja ein Verbrechen, dass heutzutage siebenjährige einen 900 stehen. Der 900, den kennst du natürlich, weil das ist der Trick, mit dem Tony Hawk berühmt geworden ist. Ach so, der Skate-Trick, wo der ja auf dem Skateboard steht und so einen Sprung macht und dann wieder auf allen Vieren landet. In einer Rampe sich zweieinhalbfach dreht, natürlich, 900 Grad Körperrotation exakt und jetzt gibt es siebenjährige, die diesen Move performen. Man muss aber dazu sagen, dass alle, die das so in den letzten Jahren geschafft haben, unter 15 sind, weil du unter 15 halt noch relativ schmächtig bist und leicht. Aber das zählt gar nicht dann. Das zählt nicht, ne. Natürlich zählt das, aber du drehst dich halt sehr schnell. Also es muss nicht heißen, dass dieser Siebenjährige mit 30 das auch noch kann. Muss er ja auch nicht. Es ist trotzdem hart, Alter. Da kannst du ja jetzt schon, da kannst du dich zur Ruhe setzen und sagen, da hat Tony Hawk schon lange überholt. Durchgespielt. Durchgespielt quasi. Aber überleg dir das halt echt mal. Ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht so 25 maximal damals wahrscheinlich, als er den geschafft hat. Und das war halt wirklich das Ding, was seine Karriere übelst explodieren lassen hat. Daraufhin kamen die Spiele. Die Spiele haben ihn so groß gemacht, weißt du, und jetzt ist es ja eben Selbstlöpfer, Legendary Tony Hawk so. Und das machen jetzt einfach fucking siebenjährige, kleine Venster. Aber ist er auch noch so gut, Tony Hawk inzwischen? Oder merkt man jetzt auch, dass er abbaut? Man merkt das schon, aber der hatte auch vor zehn Monaten oder so ein gebrochenes Bein und ist gerade jetzt erst wieder am reinkommen. Vom Skaten hoffentlich. Ja, ja, vom Skaten. Uncool, okay. Aber der hat auch echt noch krasse Sachen gemacht, so in Anfang seiner 50er, der ist jetzt 56, glaube ich, da hat er noch irgendwie so einen seitlichen Looping, glaube ich, als erster Mensch geschafft, soweit ich weiß. Und ja, der kann schon noch, der kann halt sehr gut ranbefahren, so im Street ist ja nicht gut, aber das ist egal. Ist ja auch dein Vorbild eigentlich, Tony Hawk? Nee, gar nicht. Der ist ein netter Dude, aber sein Skaten interessiert mich halt so gar nicht. Aber ich war ein krasser Clip diese Woche. Ist ein anderer Stil quasi. Ja. Ich finde das halt ein bisschen langweilig, wenn man die ganze Zeit in der Rampe hin und her fährt. Ist natürlich cool, wenn man da so rumfliegt, macht bestimmt Spaß. Aber bis jetzt nicht meins, keine Ahnung. Ist auch spannend, dann zu gucken, wenn die dann immer so fliegen und springen. Das finde ich halt auch cool. Ja. Das ist ein cooler Sport. Das stimmt. Was auch ein cooler Sport war, das war auf die Bahn zu warten. Schon wieder die Bahn. Was ist los? Oder war das schon letzte Woche, als hier die Züge ausgefallen waren? Ich glaube, das war gerade frisch, aber es gibt neue Entwicklungen, was das angeht, weil die vermuten da ja irgendwie ein System. Sabotage. 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 Und das ist ein Testlauf gewesen sein können. Ein Tesla-Move. Denn zu Tesla kommen wir auch gleich noch. Ah, schön. Und dass das vielleicht noch mal im größeren Stil passieren könnte. Es war eben auch zufällig am Tag, als die AfD groß aufmarschieren wollte in Berlin. Deswegen viele in der rechten Bubble auf Verschwörungstheorien wieder getroppt haben von wegen, ja, zufälligerweise, wenn wir hier auf große Demo machen, dann lassen das ganze Zugsystem ausfallen und so weiter. Und dann gab es noch konkrete Reden, die dann gesagt haben, das wurde geplant, da gibt es noch Beweise dafür. Es gibt keine Beweise. Und ja, jedenfalls kam raus, dass es Sabotage war. Es wurden wohl dann, die Funkverbindungen wurden dann wohl gekappt zwischen den Zügen und den... Die Kanäle sind jetzt alle down, ja, von diesem Funk. Quasi, genau. Endlich, ja. Da hat Impia jetzt gar kein Content mehr. Oh, stimmt. Es macht Impia jetzt was arbeitslos. Muss also auf anderes reagieren. Auf Funk kann er ja reagieren. Ja, Funkroyal gab es mal. Funk Musik. Ach, stimmt. Ja, manche vermuten auch, dass auch da die Russen hinterstecken. Die sagen dann, Putin will uns alle nur verunsichern. Aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Was die Russen nochmal alles wollen. Also es kann schon sein, aber es kann jeder gewesen sein. Es können auch irgendwelche Antifas gewesen sein, die halt diesen Berlin-Aufmarsch verhindern wollten. Es können alle gewesen sein. Es können auch die Schlümpfe gewesen sein. Das habe ich neulich gelesen. In den letzten Tagen vom 9-Euro-Ticket habe ich gelesen, da steht jetzt an den Zügen, also an den Gleisen steht irgendwie so in 100 Meter Abstand immer so Warnschilder, dass die irgendwie DNA hier nicht klauen. DNA, bla. Also das quasi in den Schienen, weil die Schienen werden irgendwie teilweise da geklaut. Und deswegen haben die jetzt DNA drin. Also quasi, ich labere jetzt hier wieder nur so halbes Zeug. Ihr wisst sicher, was ich meine. Das fand ich ganz erstaunlich, dass du dann quasi Teile von den Schienen klaust und die dann verkaufen willst, aber dann wird das quasi registriert. Das kaufen die dann wieder quasi die Ball auf und gucken dann in den DNA, wer das gemacht hat. Ja, also die potenziellen Käufer würden quasi sehen oder ich weiß es nicht, ganz skurril. Da machen die in das Metall jetzt schon DNA rein. Was sollen da noch uns werden aus den Menschen? Das ist doch, wieso spielen die hier? Oh Gott. Stimmt, geht gar nicht. Ja. Muss echt ein Thema sein. Aber auch noch mal, um zu Berlin zu kommen, und zwar hat das A&O Hostel in Berlin wohl 150 Buchungen storniert von AfD-Leuten. Die haben es rausgeworfen, weil sie keine Rechtsextremen dulden. in ihrem Hotel. Und da haben sie auch viele gefragt, ist es denn überhaupt noch okay, dass dann so ein Hostel so ein bisschen nicht Gott spielt, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, das schon sabotiert. Also ich finde es jetzt nur so halb okay, aber du kannst es ja diesem privaten vermutlich Betrieb nicht verbieten. Nö. Der kann ja aufnehmen, wenn er will. Allerdings, wenn der jetzt sagen würde, wir nehmen keine Schwarzen auf, wäre das Geschrei richtig groß. Ja klar, weil das ja auch, weil ja Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die sind ja keine homogene Gruppe, aber Menschen, die politisch sind und die rechtszufordnend sind, da kann man schon noch mal sagen, die einen schon ein gewisses Weltbild, das wir hier nicht repräsentieren wollen. Das kann man über Schwarze nicht sagen oder über Schwule oder sonst was. Oder Frauen. Ich meine, das ist ja egal, wie wir das, ich gehe gar nicht davon aus, dass wir das jetzt hier logisch begründen müssen. Ich sage nur, dass das, also wenn man das unter dem Gesichtspunkt sich anschaut, kann man schon verstehen, dass das erstmal weird klingt, wenn man sagt, es ist natürlich was anderes. Ja. Weil das eine ist ja hier, ja, kann man vielleicht da auch sagen, das eine ist halt Diskriminierung oder gegen Menschenwürde verletzend, also Grundgesetz ist ja schon existent. Könnte man da vielleicht jetzt auch sagen, öh, nur weil ich jetzt hier irgendwie eine Gesinnung habe zu einer gewissen Partei hin oder so. Aber an sich kannst du da glaube ich nicht viel machen. Naja, man kann sich halt das aussuchen, also so an was man glaubt und wie man hinterherläuft, aber Hautfarbe halt nicht unbedingt, außer du heißt Michael Jackson. Aber das sind ja auch die wenigsten. Michael Jackson heißen gar nicht so wenige. Das stimmt. Das stimmt, der Name ist eigentlich voll generisch, ne? Michael, aber auch Jackson sind ja beides Namen, also Vor- und Nachnamen. Ach wirklich, sind beides Namen? Beides Namen, tatsächlich. Ja, das hat er richtig gut gemacht, weil dann kann man den ja quasi danach nennen. Ja, aber ist es denn auch so in den USA, wenn du halt einfach random Michael Jackson heißt, dass du dann, dass die Leute denken, dass du die verarschst? Mach mal Moonwalk, ja. Ja, irgendwie sowas. Den ganzen Tag hörst du nur den Spruch. Es ist ja wie Thomas Müller oder so in den USA. Ja, hab übrigens jetzt gelernt, dass das Mondspaziergang heißt. Das wurde bei Roblox übersetzt. Welcher Künstler war für seinen Mondspaziergang bekannt? Ja gut, Gorgel übersetzt wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss noch mal ein kleines Ding rausholen in eigener Mission so ein bisschen. Das ist jetzt nicht ganz Brennpunkt Internet, aber in kleinen Bubbles wurde das richtig heiß diskutiert, ist aber schon Ende letzter Woche gewesen. Ich hab's aber vergessen zu erwähnen. Und zwar Magic the Gathering, ja? Es ist ein bisschen Special Interest, aber bear with me. Ja, da kommt eine größere Message bei rum. Ja? Lasst euch nicht von diesen großen Konzernen knechten und kauft nicht immer alles einfach blind weg. Bitte, bestellt nicht alle Spiele immer einfach vor und dann, oh, Cyberpunk ist so verpackt. Ähm, ja. Denn, die haben jetzt 30-Jähriges, also 30 Years Anniversary. Wir feiern das so richtig hart. Also, 30 Jahre Magic the Gathering. So, die feiern das natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise. Und zwar haben die eine Reserved List, heißt das Ganze. Das sind Karten, eine Liste von Karten, die sie nie wieder reprinten, ja? Weil die aus diversen Gründen, so. Es sind viele Sachen dabei, die einfach sehr alt sind. Die soll halt nicht reprintet werden. Ähm, den genauen Grund weiß ich gar nicht so genau, muss ich sagen. Da werden auch Stereotypen vielleicht gar nicht irgendwelche schwarzen Figuren mit dicken Lippen. Ja, auch. Da sind einzelne Karten sind auch gebannt, die sind nicht mehr legal. Irgendwie Invoke Prejudice, Invoke Prejudice, Prejudice halt, wird's, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, wo so Ku-Klux-Clan-Leute tatsächlich drauf sind. So ein bisschen stilisiert. Ähm, egal. Äh, und diese Karten werden halt nicht reprintet und besonders viele aus der allerersten Edition sind da halt dabei. Mhm. Das heißt, diese erste Edition kriegst du jetzt für ultra viel Geld, wenn überhaupt, aus so einem Booster zu kaufen. Mhm. Und da gibt's ja auch den Black Lotus zum Beispiel, der irgendwie 40.000 Euro kostet. Die teuerste Karte. Mhm. Ja. In guter Erhaltung. Und, äh, die werden nie wieder reprintet. Also keine offiziellen Karten von denen wird es geben. Mhm. Neu, um diesen Preis zu drücken. Die werden für immer so rar bleiben. Was sie aber jetzt gemacht haben, ist, ähm, für dieses Special 30 Jahre Magic, Mhm. Diese Karten doch zu reprinten, aber mit einem anderen Rücken. Sodass sie quasi nicht turnierlegal sind. Also Proxys. Mhm. Was ja eigentlich bei so Kartenspielen verpönt ist, so, äh. Weil die heißen Proxys, damit sie nicht gespielt werden dürfen. Nein, die nennen diesen Namen nicht, Proxy, aber jeder weiß, wenn ich mir jetzt eine Karte drucke und damit spiele, das geht ja hier unter Freunden, geht das. Aber wenn du damit zum Turnier kommst, wirst du weggeschickt. Ja, klar. Aber jetzt drucken sie sozusagen selber Proxys, weil es sind die Karten, es ist der richtige Entwickler, der sie herstellt und nicht irgendein chinesisches Ding oder so, aber sie dürfen nicht irgendwo gespielt werden. So. Was ist deine Sinn dahinter? Pass auf, ja. Das ist ja eigentlich ganz geil, weil, also das sind so Pakete mit vier Boostern und dann kannst du quasi diese allererste Edition von vor 30 Jahren jetzt nochmal kaufen und dieses Erlebnis nochmal haben, ja, und damit auch spielen. So. Gute Idee. Das Stick ist nur, dass ein, so ein Booster 250 Euro kostet, also 1000 Dollar für vier solche Booster mit Karten, die quasi nichts wert sind, nur auf Spekulationen und auf Rarität eventuell und das ist einfach, also so ein dreister Move, also die, die können diese Karten ja für weniger als einen Cent drucken, die haben gar keine Kosten. Natürlich, natürlich. Aber sie machen, sie wollen einfach 100.000% Gewinn daran machen. Aber was ist denn der offizielle Sinn dieser Karten, die nicht spielbar sind? Ja, naja, also die sind schon spielbar, nur halt nicht offiziell. Du könntest halt die Booster aufmachen und so tun, na guck mal, wie vor 30 Jahren, wir spielen jetzt damit. Du hast aber hochwertig hergestellte Karten und keine hässlichen Schnipsel, die du dir ausgedruckt hast. Ach so. Also hätte dieses ganze Produkt einfach 5 Euro gekostet, wären alle glücklich gewesen. Das wäre das perfekte Produkt gewesen. Außer die Hersteller. Die selbst an 5 Euro hätten die noch plus gemacht. Ja, aber nicht genug. Also 5 Euro pro Booster. Ja, aber nicht genug. Oder macht sie jetzt vielleicht ein Alternativuniversum auf, so ein alternatives Turnier, wo man nur mit Proxys spielen darf. Wäre super, dann komme ich mit meinen gedruckten an. Hast du eigene? Ich habe mir, klar, also ich liebe Magic so. Ich habe auch echt viele Original, aber erstens wurde mir sehr viel geschenkt, dann habe ich clever getauscht und drittens habe ich, wenn dann teure verkauft und billige gekauft. Also ich habe quasi das Geld, was ich für verkaufte Karten bekommen habe, nur das Geld investiert für neue Karten, sodass das quasi, dass ich kein eigenes Geld sozusagen da reingesteckt habe. Und ja, also was ist das? Und das ist einfach nur für mich repräsentativ für die fucking Corporate Greed von so einer hässlichen, ich merke gerade, wir sind heute relativ ernst und spaßeln gar nicht so viel. Wir haben alles beim Vergewaltigen schon verschossen, aber ich muss das mal rauslassen. Es muss raus! Es ist auch schon sehr spät für uns beide. Wir sind auch alte Männer, die auf ihre 50 zugehen. Ja, mindestens. Und du hier mit deinem Badenmantel in deiner Rheuma-Rolle. Ich war ja noch nicht Baden, obwohl ich es eigentlich wollte. Ich bade jetzt seltener als, ich habe wieder eine Rückzahlung bekommen. Aber wie oft jetzt? Rückzahlung habe ich bekommen. Echt? Heute, heute Brief drin gewesen. Ja. Und wahrscheinlich gestern, Egal. Ihr müsst nachzahlen ein bisschen. Ihr müsstet nachzahlen. Aber es gibt natürlich einen Draufschlag für die Zukunft. Bei uns auch. Ja. So, da es durch drei geteilt ist, sage ich, okay, ist jetzt nicht so viel, aber ich hole mir die Rückzahlung eh wieder. Das ist der Vorteil von WGs, dass sie sich da reinteilen können. Ich habe auch schon von WGs gehört, auch in meinem engen Freundeskreis. Die wurden zu dritt in der WG und zwei davon sind sehr sparsam. Während die eine Person echt ständig badet und auch immer ganz viel Lichter anlässt, wenn sie nicht zu Hause ist und so weiter. Und da sehen sie alle beiden nicht mehr ein, das halt dann auch zu bezahlen. Das verstehe ich auch. Das ist dann der große Nachteil. Ja, gut, bei Lichter an, das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu rekonstruieren. Aber gerade bei Heizung sieht man es ja genau. Man hat ja immer Abzählungen und dann siehst du ja die Heizung. Und dann kann man ja da immer noch drüber reden. Aber klar, also wenn hier nicht gleichmäßige Drittel verbraucht werden, ist das ja Schwachsinn, wenn die anderen das mitzahlen. Für mich war Winter auch immer die Badewanne-Zeit. Ich gehe immer noch einmal im Monat nach ungefähr die Badewanne. Das gönne ich mir noch. Mit Podcast hören und Kerze an und Pizza essen oder so und Kakao. Zelebrieren aber nicht mehr so oft wie früher. Das ist voll schade. Ja, wieso wurde er jetzt hier gekommen? Ich habe eigentlich irgendwas ganz anderes, glaube ich, angefangen, oder? Ja, ja, du hast angefangen mit Game of Magic und dass wir nur ernste Themen haben oder so. Nur ernste Themen, ja, ist egal. Auf jeden Fall, lasst euch nicht verarschen, kauft nicht jeden Scheiß, Alter. Das ist halt das Ding, jetzt irgendwelche Drecksspekulanten kaufen diese Scheiße jetzt auch wieder. Die wird ausverkauft, aber halt nicht von irgendwie Leuten, die damit spielen wollen, sondern die kaufen das nur auf, um es dann teurer weiter zu verkaufen. Es ist so ein Dreck, Alter. Geht mir richtig auf den Sack. Wenn es nicht mehr auf den Sack gehen wird, das sind Asteroiden, die auf die Erde zugeflogen kommen. Auch gestorben. Quasi, denn... Umgelenkt, ne? Kennst du den Film Don't Look Up? Natürlich kenne ich den. Für jeden echt eine große Empfehlung. Es kommen auch keine Spoiler, keine Sorge. In dem Film geht es darum, dass ein riesiger Asteroid auf die Erde zugeflogen kommt und dass zwei Wissenschaftler oder auch eine Wissenschaftlerin das entdecken, aber die Welt das nicht so richtig glauben will und so und das halt leugnen und es halt so einer großen Gefahr wird. Und die NASA hat jetzt tatsächlich es geschafft, den Asteroiden umzulenken in der Laufbahn. Du sagst schon den, als würde es um den gleichen wie im Film gehen. Ne, nicht ganz. Einen. Das ist der Asteroid Dimorphos und der wäre wohl... die haben eine geplante Kollision gestartet mit der DART-Sonde und konnten jetzt die Bahn quasi abändern. Für die Zukunft wissen sie jetzt, okay, wenn wir einen Asteroiden entdecken, der auf uns zufliegt, können wir was machen? Das war nämlich bisher immer noch die Frage, ne? Man kann das zwar vielleicht entdecken, weil die viele Teleskope haben, aber können wir auch was tun dagegen und offenbar können sie es jetzt. Toll, ey, die ganzen Actionfilme, Armageddon und sonst was, die sind jetzt alle obsolet, brauchen wir nicht mehr drehen, weil wir wissen ja, es geht. Die werden jetzt die Filme quasi in die Fantasy-Ecke rein tun, nicht mehr Science-Fiction, sondern jetzt in die Fantasy-Reihe, weil es ist nicht mehr möglich. Wo wir gerade von Sci-Fi und Fantasy reden, da kommt man ja an einer Kultur, an einer Kultur, sag ich jetzt schon, kann man vielleicht auch sagen, ein kleiner Kult ist da ja schon am Bestehen. An einer Person kommt man da nicht vorbei, die hat diese Woche wieder alle Fässer dem Boden ausgeschleppt. Warte, wie sagt man? Alle Böden den Fässern, Hals, Maul. Elon Musk hat große Schlagzeilen gemacht diese Woche. Er hat quasi alle Kinder in den Brunnen geworfen. Genau, genau. Und das Geld rausgeholt, was die Leute zum Wünschen reingeschmissen haben. Nein, zum einen hat er gesagt, ja, also das Land Taiwan, das sollte sich jetzt schon eigentlich mal einigen. Ich weiß auch gar nicht, was das ist, das häuft sich gerade, dass man jetzt, ich bin so ein Typ, der macht so Elektroauto, ja, und jetzt muss ich aber zu allen politischen Geschehen in der Welt ganz wichtige Sachen sagen. Das ist ja auch gerade interessant, weil er ja Twitter jetzt doch wohlkauft. Er muss ja irgendwie, ne? Jein, glaube ich. Aber ja, also der Kauf steht jetzt doch fest, soweit ich weiß. Egal, dass man da halt zu jedem Scheiß irgendwie nicht einfach die Meinung abgeben sollte, sondern nicht abgeben muss, sondern halt direkt so Vorschläge machen. Aber das stellt sich gleich noch raus, dass da vielleicht mehr dahinter steckt. So, jedenfalls hat er gesagt, Taiwan sollte sich wirklich mal dieses Modell von Hongkong annehmen. Ja, dieses Modell, dieses Modell, was bei Hongkong ja so gut funktioniert hat, wir hatten es ja hier lang und breit im Podcast, dass Hongkong ja unabhängig ist. Ich mache ganz große Gänsefüßchen von China, aber trotzdem dazugehört. Also dieses Two Countries, nee, One Cup. Two Countries, One Cup, genau. Genau so wie in diesem Cup wurde nämlich auf Hongkong geschissen. Und genau das sollte Taiwan doch jetzt auch mal anstreben für eine Lösung, damit China glücklich ist. Stellt sich raus, drei Tage später, nachdem das gesagt wurde, gibt es plötzlich für Modelle von Tesla einen Tax Break, also muss er weniger Steuern zahlen, weil China wahrscheinlich das ganz toll fand. Vielleicht stand er in Kontakt. Genau das ist von einem Journalisten, der eigentlich eine sehr gute, lupenreine Vergangenheit hat. Ian Brenner wurde gesagt, dass Elon Musk sich mit Putin auseinandergesetzt hat, direkt telefoniert. Also Elon Musk hat das zu Ian Brenner direkt gesagt. Dieser hat das dann hinterher auf Twitter gesagt, hier, das ist passiert. Und da wurde es dann von Elon Musk abgestritten. Das ist so eine Situation, wo man jetzt nicht genau weiß, wer so. Aber was hat dieser Journalist für ein Incentive, das zu tun, zu lügen in dem Fall? So, warum überhaupt ist das relevant? Weil, und jetzt, ich bin nicht hundertprozentig im Thema drin, aber Starlink ist ja so halbwegs online. Dieses Satelliten-Netzwerk für gutes Internet, sage ich mal. und das hat er im Beginn, zu Beginn des Krieges mit der Ukraine, hat er zur Verfügung gestellt. Und, wie sich hinterher herausgestellt hat, hat er, ich muss es, es ist wirklich komplex. Also, es gibt verschiedene, wie bei Netflix, gibt es so verschiedene Abo-Modelle. Ja. So, was weiß ich, 20 Dollar, 50 Dollar und dann gibt es noch das Premium-Tier für 2000. Und das hat er quasi der Ukraine zur Verfügung gestellt. Klar, damit sie ihr Internet, damit sie sich Kommunikation, bla bla bla. Stellt sich aber raus, dass dieses 2000er-Ding, das wurde alles staatlich subventioniert. Also, es hat quasi der amerikanische Steuerbezahler bezahlt und nicht Tesla, äh, ähm, oder zu wem gehört Starlink? Scheißegal. ähm, so, die haben das nicht selber bezahlt, sondern das, das hat halt der Staat bezahlt, so. Ähm, und jetzt hat ja Elon Musk am Anfang der Woche, falls du das mitbekommen hast, auch wieder hierzu, äh, seine, seine, Strategien auf Twitter gepostet, äh, wie jetzt Ukraine vorgehen sollte. Ja, äh, die Krim sollte zurück an Russland gehen, weil, äh, die hat ja da schon früher mal dazu gehört. Haben sie ja schon, dachte ich. Die wurde doch annektiert schon lange, dachte ich. Ja, aber halt, ne, Ukraine will die ja trotzdem haben eigentlich, weil das war deren Gebiet und Russland hat sie es einfach genommen. So. Und, äh, die Ukraine soll neutral sein, hat er alles gepostet, also im Sinne von nicht NATO beitreten und so. Ähm, also mehr oder weniger so eins und eins zu eins die, die Statements, die so von russischer Seite kommen würden. Ja. So. Und da stellt sich halt raus, dass er kurz vor diesem Tweet vermeintlich mit Putin direkt telefoniert hat. So. Und jetzt hat, äh, die Ukraine wiederum gesagt, das hatten wir auch letzte Woche, ähm, hat der Botschafter und Zelensky und so haben gesagt, hier, Elon Musk, was geht mit dir? Verpiss dich, fuck off und so. Mhm. Und jetzt hat er, und das finde ich halt echt dystopisch, hat er einfach, äh, ich glaube bis jetzt nur Inselkrim, aber hat er einfach den, den Schalter umgelegt und die dürfen jetzt Starlink nicht mehr nutzen. Genau, genau. So. Und das, das ist doch, also, wenn, wenn ein so ein Typ bei so einem fucking globalen Konflikt, was es ja einfach ist, auch wenn da gerade nur zwei Länder direkt beteiligt sind, wenn der einfach sagt, okay, dann habt ihr jetzt kein Internet mehr, wenn ihr meine, meine Tweets nicht gut findet, ist natürlich jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber das ist, das ist doch völlig absurd. Und dann halt, aufgrund dessen kam diese Aussage, hier, äh, du hast an mir gesagt, du hast vor kurzem mit Putin telefoniert. Das ist aber jetzt irgendwie seltsam. So. Was vergessen alle dabei? Dass Putin offenbar ein sehr guter Überzeuger ist. Das stimmt. Vielleicht, äh, kann der auch einfach bei, bei Narzissten gut das Ego streicheln oder so. Das hat er bei Trump auch ganz gut hinbekommen. Es ist auf jeden Fall auf, auf allen Seiten etwas fischig, was da abgeht und, äh, ganz, 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 ganz strange. Ganz, ganz strange. Ähm, wie gesagt, ist heute ein bisschen eine ernste Folge, aber das ist, das ist, das ist ja auch der späten Stunde geschuldet ein bisschen. Überleg dir das doch mal irgendwie, äh, das ist ja jetzt nicht mal so, dass das irgendwie Schwerverbrecher sind, die Ukrainer oder so. Die haben halt gesagt, hier, äh, gekacken mit deiner Idee, wir, wir verteidigen hier unser Land. Na klar, ja. Ähm, würde jetzt Bill Gates irgendwie sagen, öh, der Tino, der zockt aber ganz schön viel City Skylines, dem schalte ich jetzt mal seinen Windows ab. Das wäre frech. Ja, das wäre halt frech. Das ist halt einfach Dystopie, ist das. Auch ähnlich Tragweite. Ich finde, Ukraine Krieg und ich kann kein City Skylines mehr spielen, ist ja ähnlich. Und dann halt so, ich weiß nicht, ob der einfach zu hart seinen, seinen Meme-Status embraced hat, aber es gab auch so ein, ja, es ist, es ist halt auch alles so viel fucking Twitter, ne? Aber ich meine, er will es kaufen. Ähm, warte, es gab ein Tweet, wo, ähm, wo das nochmal quasi rekapituliert wurde, bla bla bla, das ist passiert, das ist passiert, äh, shortly after, ähm, the, äh, the Botschafter, was ist Botschafter? Äh, wissen wir so, ich komme nicht auf das Wort, Alter. Ich weiß nicht auf Englisch, keine Ahnung. Botschafter. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, of the Ukraine, bla bla bla, told him to fuck off und da hat er halt so wie so ein kleines bockiges Kind zurückgeschrieben, äh, ich habe einfach nur gemacht, was sie verlangt haben, so, also, off zu fucken, aber, also, keine Ahnung, dass das nicht alleine durch irgendwie eine Mannschaft von Leuten geht, diese Entscheidung, so, äh, schalten wir das da jetzt ab? Die brauchen vielleicht irgendwie ihre, ihre safe Kommunikation über Starlink und das ist von einem Tag auf den nächsten weg. Deswegen dürfen einzelne Menschen nicht so viel Entscheidungskraft haben, das ist genau das Ding. Und ich kann es auch nicht mehr hören, wenn die immer alle sagen, ja, die Ukraine muss, muss mal verhandeln mit Russland und die müssen sich an den Tisch setzen und sagen, äh, was sie alle haben wollen. Ich sage, nein, Alter, Russland kann den Krieg sofort beenden, wenn die wollen. Wenn die auch den Krieg beenden, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aber den Krieg beendet, dann gibt es keine Ukraine mehr. Das ist so der Unterschied, ne? Und man kann ja auch, finde ich, Putin das nicht durchgehen lassen. Wenn man jetzt sagt, die Ukraine kapituliert oder die, die macht irgendwelche Zugeständnisse, da denken sich eben andere Machthaber auch, so wie China, oh ho, offenbar gibt es doch keine, keine, ähm, wie sagt man, keine Repression gegen uns, wenn wir Krieg führen. Jetzt können wir auch mal Taiwan einnehmen und so weiter. Ja, deswegen, Alter, das soll fucking Taiwan in Ruhe lassen. Das ist doch, es ist halt wirklich, wir hatten das irgendwie, wie lange ging die Hongkong-Proteste? Über ein Jahr. Da hatten wir das ja als Thema, wie da einfach, richtig abartige Zustände waren und die um ihr Leben gekämpft haben, um jeden Zentimeter Stadt und wenn ich mir vorstelle, ja, genau diese Regelung, die jetzt auch auf diese fucking Insel da. Gute Idee. Ja. Gute Idee. Du hast schon gelunzt auf meinen, auf meinen Telefonen. ich sehe hier Greta. Greta, die hört man auch mal wieder. Genau, es gab die Schlagzeilen, dass Greta die Seiten gewechselt hat und es waren ganz viele AfD-Fans und Querdenker und so weiter Fan von Greta, weil sie angeblich gesagt hat, Atomkraft, na klar, sofort bin ich dafür, hat sie aber gar nicht gesagt. Sondern es gab ein Interview mit Maischberger, glaube ich hieß sie und sie hat sich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich jetzt besser? Kohlekraftwerk oder Atomkraft? Ja gut. Wo dann nur Greta gesagt hat, ja dann lieber Atomkraft natürlich. Das ist dann klar vorübergehend. Sofort ausschalten ist keine gute Idee und muss eben erst die erneuerbaren Energien irgendwie voranbringen. Das wurde eben aus dem Kontext gerissen, da haben sie alle geschrieben, hurra Greta ist jetzt doch auf unserer Seite und guck da, Greta hat auch gesagt, Atomkraftwerke. Die gleichen Menschen, die noch vorher gesagt haben, die dürfen nicht auf ein kleines Mädchen hören, weil die keine Ahnung hat. Na, die ist aber jetzt volljährig, die ist kein kleines Mädchen mehr. Aber die Argumentation, weißt du? Die ist jetzt endlich vernünftig geworden. Doch eine von uns, hört mal auf die jetzt, wo sie das gesagt hat. Das fand ich noch relativ bemerkenswert. Ja gut, schön, Atomkraft, hatten wir das eigentlich, dass dieses, das hatten wir nicht, deswegen kann ich es jetzt auch leider nicht mehr genau sagen, ich bin kein Physiker, aber es gibt ja diese anderen. Echt nicht? Nicht Atomkraft, sondern sowas anderes. Kernfusion. Nein. Dieses Saubere. Also das ist ja auch theoretisch sauber, bis auf den Abfall, aber was gibt es denn da? Da gab es, sorry Leute, ja sorry, aber da gab es so ein Kraftwerk in, ich glaube auch Japan, was jetzt das erste Mal richtig gut dabei ist. Ich rede gerade über Dinge. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kernfusion? Ja da gab es irgendwo einen Durchbruch, den habe ich auch gelesen. Ja es gab da einen Dammbruch. Einen Dammbruch, genau. Einer der Mitarbeiter hat einen Spagat gemacht, wollte in so eine Gruppe reinspringen mit irgendwelchen Wattestoffen, die zu dünn waren, da gab es einen Dammbruch. Womit wir die Kurve gekratzt haben, wie sagt man, sie hat die Kurve gekratzt, wir haben die Kurve gekriegt. Nee hoffentlich kratzt sie nicht die Kurve, die Adriana. Ja, die soll mal gesund werden. Ich habe noch eine lustige News am jetzt gegen Ende, würde ich ganz kurz vorlesen und zwar von Tuff kamen die, meine Lieblingssendung im TV und zwar, kennst du die Band Right Side Fred? Ja. Die haben gesungen Too Sexy for My Shirt und ich fand die ja mal richtig sympathisch, aber das sind richtige Snitches und ich lese mal ganz kurz vor, dauert auch nicht lange. Kann das sein? Das britische Pop-Doo Right Side Fred werft Sängerin Beyoncé vor, sich ohne Erlaubnis an den Beats ihres Hits I'm Too Sexy bedient zu haben. Mit ihrem neuen Album Renaissance by the Queen in B riesiger Folge, blablabla, das kann ich überspringen. Right Side Fred, äh, Fred werfen ihr nun vor, die Beats geklaut zu haben, ihres 90er Hits I'm Too Sexy und das angeblich ohne Erlaubnis. Gegenüber dem Boulevard-Magazin The Sun wettern die Musiker gegen Beyoncé und bezeichnen sie als arrogante Personen. Sie haben die Komposition schlichtweg gestohlen. Da dachte ich erst, fuck you Beyoncé, weißt du, Fred sind voll die Feinies, das macht man nicht. Die sind richtig geile Typen gewesen oder sind doch geile Typen, aber Plottschwirst Robin. Pass auf, halt dich fest. Die 41-Jährige sieht das allerdings anders. Ihr Manager bezeichnet diese Anschuldigungen gegenüber der Daily Mail als falsch, unglaubwürdig und herabwürdigend. Demnach sei nicht nur das Einverständnis des Duos eingeholt worden, sondern sie hätten sogar öffentlich ihre Dankbarkeit dafür ausgesprochen. Und erst dachte ich, hm, Aussage gegen Aussage, aber halt. Und tatsächlich auf Instagram der Band im Juli gibt es einen entsprechenden Kommentar, wo die Band ihre Freude über den Song-Sample ausdrücken. Aha. Aber sind die dumm? Was ist denn Fred, Adda? Solche Snitches? Ohne Spaß. Sind die völlig am Leben vorbei, also es fällt doch auf. Na klar. Was haben die sich dann überlegt? Offenbar einfach jetzt gelogen und ich bin sehr enttäuscht. Hm. Skandal. Es ist so eine Band, wo ich sagen würde, die ist nicht mein Lieblingsband, aber die würde ich sofort mir Hand erpacken. Ich hätte hier eine. Dankeschön. Die haben so viele geile Songs gemacht, die mich meiner Kindheit begleitet haben, aber jetzt bin ich durch mit denen. Grenzen. Ich finde, die sollten eine große Strafe zahlen. Ungefähr eine Milliarde Dollar. Ja. So wie Alex Jones. Der arme Mann, ja. Eine Milliarde. Ich glaube nicht, dass er die tatsächlich bezahlen muss, aber wir kennen alle unseren liebsten, größten Verschwörungstheoretiker aller Zeiten. Seine Sonne ist zwar nicht kalt, aber alles andere ist auf jeden Fall ziemlich insane bei ihm. Jetzt klingelt es hier auch noch. Was ist denn los? Hast du Pizza bestellt? Nee. Hallo? Ja. Ja, gut. Gut, dass wir fast durch sind. Ähm. Hi. Hi. Müssen wir abwirken jetzt? Nee, müssen wir nicht abwirken, aber wir kriegen gleich kurz Besuch und dann müssen wir mal gucken. Okay. So, was ich sagen wollte ist, der Kollege Schnürschuh hat ja sehr viele Verschwörungstheorien verbreitet und unter anderem ging es ja jetzt um diesen Prozess. Wir hatten es auch letzte oder vorletzte Woche für die Sandy Hook Leute. Genau, er hat ja geläumt, dass es hier stattgefunden hat, dieser Amoklauf. Worauf finden die Eltern der Kinder? Die Eltern konnten ihre Kinder nicht mal offiziell begraben, weil sie fürchten mussten, dass die Gräber geschändet werden von den Leuten. Das muss man überlegen. Ja, ja. Und jetzt muss dieser tolle Verschwörungstheoretiker wohl eine Milliarde Dollar, also fast, an einen Schadensersatz zahlen an die Eltern. Ja. Aber es ist nur fast eine Milliarde, also nicht ganz. Naja, es ist schon, also offiziell heißt es eine Milliarde, aber der wird halt, also wo soll der das hernehmen? Aus welchem Arsch soll der eine Milliarde Dollar zahlen? Aber ich dachte, die rechnen sowas auch anhand der Einkommen der Leute. Naja, keine Ahnung. Es ist einfach wahrscheinlich, um ein Exempel zu statuieren. Das war einfach mal auch bei den Ärzten so, dass sie wohl auch für irgendeinen Song Strafe zahlen mussten und hat die Richterin gesagt, das haben sie ja rechnet an ihrem ungefähren Einkommen, aber es war viel zu wenig, was sie zahlen mussten. Dann haben sie grinsend gesagt, okay, zahlen wir. Aber es war nur ein Bruchteil, von dem wir sie eigentlich verdienen. Also wir können, ich bin auch schon durch mit dem wichtigen Thema. Wir sind immer durch. Ich würde sagen, wir bewerten die Woche mal, aber ich bin richtig hyped, ich habe einen richtig guten Song für die Playlist. Oh, geil. Ich habe auch einen coolen Song. Also ich finde, es war jetzt einiges dabei, auch viel, was wir vergessen haben. Es gab noch einen Anschlag vor einer queeren Bar und so. Das ist ja ein Anschlag, gibt es ja jedes Wochenende. Es gab einiges, aber ich würde trotzdem sagen, es ist aufgrund der beiden toten Schauspielerinnen, die jetzt gestorben sind, also Hagrid und Jessica Fletcher, gehe ich schon echt auf eine 7 mindestens. Alex Jones kriegt eine vor den Sack. Ich gehe bei der 7 mit, weil ich das mit Adriana Tchetschik so, also ich will nicht witzig sagen, aber bemerkenswert, können wir sagen. Das ist schon witzig. Also es ist für sie halt total nicht witzig, aber in einem Vakuum betrachtet, wie sie da runter springt, ist schon sehr witzig, muss ich sagen. Dann noch zum Schluss die Brennholz-Untermusik. Ja. Ich gehe mal an den Online-Modus. Du brauchst gar nicht erzählen Online-Modus. Wir hauen da heute auf jeden Fall Come See About Me von den Supremes rein. Wenn es das nicht auf Spotify gibt, dann aber direkt aufs Maul. Doch, Come See About Me von den Supremes. Perfekt. Ich will es hinzufügen. Hau rein, die Scheiße. Und ich, was, ist schon drin. Was? Der ist schon drin. da weißt du mal, wie gut der ist. For real? Muss ich aber auch nicht. Alter, da musst du ihn aber ganz am Anfang reingemacht haben. in Folge 2 hast du ihn reingeparkt. Alter, ich habe den neulich wieder gehört. Na pass auf, dann ganz einfach von, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Mr. Sandman? Bernadette? Ne, ich weiß nicht, aber Mr. Sandman findest du schon. Wie heißen die? Mr. Sandman von The Kordetz? Kordetz. The Kordetz, okay. Kennst du nicht, oder was? Kenn ich nicht. Das ist ein übelstes Brett. Aber ich höre gerne mal rein. Ich muss mich echt entscheiden. Ich habe mich aber schon entschieden und zwar habe ich entdeckt, ich habe mal so alte Lieblingsbands von mir gesucht, bei Spotify, die gab es lange Jahre nicht, wie zum Beispiel As-Five oder auch Band ohne Namen. Und ich habe jetzt As-Five schon meine Story gepackt, Just Because Of You. Mein Song, als ich 15 war, weißt du, übelst geiler Banger. Aber ich habe jetzt die Band ohne Namen wieder entdeckt. Kennst du die noch? Mir sagt es was. Die hatten so einen Song, der hieß I wanna be a girl just for a day. Ja, ja, ja. Der kommt in die Playlist. Der ist uralt. Aber das war nicht der Bekannte. Hatten die nicht einen Bekannten irgendwie? Das war der Größte von denen. Echt, ja? Die hatten auch so Boys, Take My Heart. Immer so englisch-deutsch gemischt auch, weil ich sie sehr sympathisch fand. Und die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Die haben jetzt ihre Songs hochgeladen bei Spotify. Offenbar noch nicht lange, aber ich habe die früher gesucht. Das ist gerade die Band ohne Einkommen. Wahrscheinlich. Bei Spotify, ja. Band ohne Namen Girl for a Day. Übelst Banger Song. Und hört rein. Also tolle Playlist. Hört rein und haut raus, würde ich sagen. Haut raus. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen, runtergehauen. Hab ich jetzt reingemacht? Reingehaut. Ich hoffe es doch. Leute, es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr hört die Musik im Hintergrund. Die ist zwar nicht so gut wie in unserer Playlist, aber ist schon ziemlich ikonisch. Weil die wird immer so laut und dann versteht man, ich weiß gar nicht, haben wir ja eigentlich aufgenommen. Ist egal. Doch, wir haben 36 angefangen. Okay, cool. Tschüss. 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 Wir haben 36 расскenken. 土